In diesem Video zeigen wir euch das neue Razer. Wir haben es gerade eben von Motorola gekriegt, haben es echt gerade eben ausgepackt und seid gespannt, wir zeigen es euch. Hallo, ich bin Stefan und ich bin Volker. Ja, Volker, dann wollen wir mal sehen, was heute von Motorola für ein Paket gekommen ist. Du hast gesagt, du hast das Razer dabei. Ich bin schon ganz gespannt. So ist es. Jawohl, hier ist das gute Teil. Wow. Unglaublich. Also ich finde es wirklich ein Hammer. Wir haben es ja auf das IS schon gesehen und das hat mich da schon geflasht. Und schau dir mal den Formfaktor an. Also wenn du das Produkt, ist exakt wie das Razer, das wir aus 2004 noch kennen. 130 Millionen Mal verkauft worden. Also es ist wirklich unglaublich und knüpft direkt eigentlich an das Design an. Und ich klappe es jetzt mal auf. Fühlt sich richtig gut an, auch beim Aufklappen. Ja. Und dann kommt, was für ein Display zum Vorschein? Wir haben hier ein OLED-Display, 6,2 Zoll. Im Format? 21 zu 9, damit die heutigen Formate, YouTube-Cinema-Format beispielsweise, halt eben auch heute entsprechend abgespielt werden können. Okay, gut. Ja und hier sieht man jetzt, wenn man das Produkt mal klappt, dass das Display da auch wirklich mitgeht. Und zwar verschwindet es im Gehäuse. Also es wird auch nicht eingeklemmt oder eingeknickt. Das ist wirklich faszinierend zu sehen. Und insgesamt eigentlich eine super kompakte Bauform. Und es fühlt sich auch vom Gewicht her echt okay an. Was wiegt das? Das Gerät wiegt jetzt so 205 Gramm. Damit natürlich ein bisschen mehr als das alte Razer. Aber wir haben hier heute eine ganz neue Technologie natürlich verbaut. Ein Qualcomm-Prozessor. 6 GB RAM und 128 GB ROM. Also von der Warte her natürlich kann das Gerät, zumal auch wenn es stabil sein soll, nicht mehr ganz so leichtgewichtig sein wie früher. Okay. Und Speicher ist ja super ausgestattet. Aber dafür glaube ich kein Speicherplatz-Lot mehr, oder? Leider keine Speichererweiterung. Wir sind hier natürlich in einem sehr schmalen Format unterwegs, wie du das schon richtig bemerkt hast, Stefan. Das Gerät ist insgesamt nur noch 14 mm dick. Im aufgelackten Modus haben wir hier ganze 6,9 mm Dicke. Da ist natürlich nicht mehr ganz so viel Platz. Also ich leg jetzt mal mein S10 dagegen. Und ganz ehrlich, es ist eigentlich nur der Bogen hier unten. Und wenn man es jetzt mal zuklappt, im Vergleich, also schon ein super kompakter Formfaktor, muss man echt sagen. E-SIM an Bord. Das heißt, es ist keine physikalische SIM-Karte. Richtig. So und dann hat ja Motorola MotoGesture, glaube ich heißt das, auch eingebaut. Das heißt, ich habe das mir jetzt einmal angeguckt, wenn ich zweimal schüttel, geht die Taschenlampe an. Also echt spannend. Und wenn ich noch zweimal schüttel, geht sie wieder aus. Und die Selfie-Kamera lässt sich so aktivieren. Klappt auch. Richtig. Volker, einmal freundlich. Super. Und wenn man jetzt aufklappt, dann sieht man auch, dass die Kamera aufs klorose Display umschaltet. Das heißt, es ist auch echt super praktisch. Das ist, glaube ich, der ganz große Vorteil eines solchen Gerätes. Im zugeklappten Zustand bekomme ich Informationen auf das Außendisplay gespielt, die ich dann, sofern die Notwendigkeit dafür ist, im Innendisplay dann natürlich in vordergröße sehen kann. Dadurch spare ich natürlich auch Akkulaufzeit. So und dann haben wir natives Android. Also Android 9 sehe ich. Android 9. Pure Android 9. Das heißt, sehr schnelle Verfügbarkeit von Sicherheitsupdates über die gesamte Laufzeit des Gerätes, Lebensdauer des Gerätes und garantiert auch ein Update auf das nächste Android. System. Okay, klasse. So, die Frage, wann ist es denn verfügbar? In Amerika ist es wohl jetzt schon verfügbar. Wir gehen davon aus, dass es in Deutschland Ende dieses Quartals, also Ende März möglicherweise, auch verfügbar sein wird. Den genauen Verkaufspreis kann ich momentan noch nicht sagen. In den USA, glaube ich, sind 1500 Dollar in den USA. Das heißt, dann gehen wir davon aus, dass es bei uns so 1500, 1600 Euro sein werden. Absolut. Und du sagst, im Laufe des Q1 gehen wir davon aus, dass es noch nach Deutschland kommt. Da werden wir natürlich sofort informieren, sobald wir wissen, wann das Produkt hier an Start geht. So ist es. Wenn ihr auch in Zukunft immer aktuell informiert sein wollt über aktuelle, coole, neue Produkte, dann vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und die Glocke zu setzen. Und ja, jetzt fehlt mir nur noch, dass ich euch gutes Geschäft und gutes Gelingen wünsche. Und Volker, ich bin schon echt gespannt, wie das Produkt, dieser Formfaktor bei den Kunden ankommen wird. Und wird ja jetzt demnächst vielleicht auch nochmal das ein oder andere von anderen Herstellern gezeigt. Das wird nochmal eine gewisse Dynamik reinbringen. Also ich freue mich drauf. Wir setzen sehr stark auf das Gerät und hoffen als Partner von Motorola da natürlich mit am Markt vorne dabei zu sein. Super, ich freue mich drauf.